Hi Leute, hier ist wieder euer Matrix am Start und ich habe wieder einen mega coolen Glitch für euch und zwar einen God Mode Parkplatz Glitch. Genau, ihr hört schon richtig Leute, einen God Mode Parkplatz Glitch Leute. Und was ihr für diesen Glitch machen müsst und wo ihr hin müsst, zeige ich euch natürlich hier gleich auf der Map. Und ich finde diesen Glitch einfach nur der Hammer, er macht sowas von fun und ist eigentlich auch nicht überpowered. So Leute, ihr müsst an dieser Stelle, wo ich euch gerade auf der Karte gezeigt habe und dann fahrt ihr in dieses Parkhaus rein. Und jetzt kommt das Krasse, ihr müsst euch nur hier hinstellen Leute. Einfach nur da hinstellen und ihr habt God Mode. Und es ist auch nicht übertrieben, ihr könnt hier drin nicht schießen, das könnt ihr hier sehen. Ich versuche gerade zu schießen, aber das geht nicht. Aber, wenn ihr euch in euer Auto reinsetzt, dann könnt ihr natürlich schießen. Und hier zeige ich euch gleich diese unsichtbare Wand. Und hier, total unsichtbar, hier kann keiner reinschießen und er ist in diesem Sinne auch nicht überpowered, weil Leute, Online-Spieler können natürlich da reinlaufen und euch trotzdem töten. So Leute, hier seht ihr, man kann rausschießen und jetzt zeige ich euch mal zu 100% Leute, dass man da nicht reinschießen kann. Ich habe mir nämlich ein paar coole Abonnenten von mir geholt, die mir bei diesem Glitch helfen oder besser gesagt demonstrieren. Hier habe ich sie natürlich auch nochmal eingeblendet, die Abonnenten von mir. Und die legen jetzt mal los. Alles was sie haben, sie ballern wirklich alles da drauf. Was geht Leute? Und hier könnt ihr schon sehen, es ist wirklich eine unsichtbare Wand. Hier unten brennt dieser ganze Boden und der Glitch ist einfach so funny. Ihr könnt euch mit Kumpels hier reinstellen zu dritt. Ihr könnt zwar leider nur aus dem Auto rausschießen, aber ich finde gerade deswegen ist der Glitch auch nicht zu überpowered, weil natürlich auch andere mit Autos rein können und dann könnt ihr euch bekämpfen. Also es ist eigentlich nur ein Glitch für zum Spaß haben, ein funny Glitch oder natürlich für die Bullen. Also hier könnt ihr natürlich von mir auch gleich sehen, ich hole mir die Bullen und die kommen dann ohne Ende. Sie kommen aber gar nicht bis dahin, weil sie erst einmal fast keine Bullen ins Gebäude reinkommen. Und wenn sie doch ein, zwei Bullen ins Gebäude kommen, dann könnt ihr die so schnell wegbänden, Leute. Und ich finde diesen Glitch einfach nur der Hammer. Er macht so viel Spaß. Wir haben bis vorher, keine Ahnung, eine halbe Stunde durchgezogen und wir haben uns weggeschmissen. Das ist wirklich so geil. Also Leute, schreibt bitte unten in die Kommentare, wie ihr diesen Glitch findet, Leute. Also ich finde ihn jetzt nicht überpowered, Gottmode oder so, dass ihr rumlaufen könnt. Ist es überhaupt nicht. Und er macht eigentlich meiner Meinung nach nur Spaß. Und jetzt muss ich dazu noch eins sagen. Ein fettes, fettes Dankeschön an alle meine Abonnenten, die mir bei diesem Video geholfen haben. Und mal gucken, vielleicht können wir ja nochmal was zusammen machen. Und vielleicht, wenn ich mal nochmal Hilfe brauche, komme ich auf euch zurück. Oder natürlich vielleicht auf andere Abonnenten. Keine Ahnung. Ihr müsst mir einfach mal im PSN eine Nachricht schreiben. Adden könnt ihr mich leider nicht. Aber vielleicht kann ich euch dann annehmen. Ich kann nicht versprechen, dass ich jeden annehme. Aber hier könnt ihr nochmal meine Abonnenten sehen, die, wo wir hier bei diesem Glitch geholfen haben. Oder besser gesagt, die, wo wir das demonstriert haben, dass man hier nicht reinschießen kann. Und Leute, Dankeschön fürs Helfen. Ihr seid einfach die Besten. Nicht bloß die Abonnenten, die hier im Video mitgewirkt haben. Sondern alle meine Abonnenten. Ihr seid die besten Abonnenten der Welt. Und bitte schreibt unten in die Videokommentare, wie ihr den Glitch findet. Oder ob ihr vielleicht mal mitmachen wollt. Und lasst vielleicht einen Daumen nach oben da. Das finde ich wirklich, das wäre sowas von nice, wenn ihr das für mich machen könntet. Schaut auf unseren TeamSpeak vorbei. Oder abonniert mich natürlich. Ich bin an dieser Stelle raus. Euer Matrix. Ciao Leute.